So, hallo zusammen, wieder willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine Revatur und zwar einer Tony Box. Diese wunderschöne Tony Box in Pink funktioniert leider nur noch unvollständig. Ich zeige euch mal kurz den Effekt. Und zwar funktioniert hier das eine Ohr nicht mehr. Beim anderen seht ihr, sie startet. Für alle, die sie nicht kennen, die Ohren sind dafür da, um lauter, leiser zu machen. Ich drücke mal. Ihr hört es. Maximale Lautstärke. Drücke hier. Sollte es eigentlich leiser werden. Passiert aber gar nichts. Es ist ein typischer Fehler. Man liest das relativ häufig, dass die Buttons, die hier drin sind, oder die Kabel, die hier drin sind, kaputt gehen durch das Biegen der Ohren. Und so passiert das. Jetzt erlegen sie heute einmal und schauen mal, ob ihr den Fehler aber wird bekommen. Um die Tony Box zu öffnen, müsst ihr von oben feste Druck aufüben. Unten auf eine Unterlage stellen, die wenig rutschfähig ist. Also, dass sie festhält. Ihr habt hier unten einen Gummi. Und ihr müsst drücken und dann einmal ungefähr 10 Grad diese Richtung drehen. Dann knackter Boden auf. Das probieren wir jetzt mal. Ich schaue mal, ob das hier geht auf meinem Tisch. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Jetzt hat es auf jeden Fall geknackt. Wenn ihr jetzt hochhebt, seht ihr, der Deckel hat sich gelöst. Dann könnt ihr den Deckel rausnehmen und zur Seite legen. Hier unten findet ihr eine Schraube. Die nehmen wir jetzt mal raus. Wenn die Schraube raus ist, seht ihr schon, ihr könnt das Gehäuse einfach nach oben wegheben und zur Seite legen. Jetzt seht ihr hier das Innere, der Box, den Akku und den Lautsprecher und hier oben den Sensor. Das vielleicht nochmal für alle, die die Tony Box nicht kennen. Man stellt hier Figuren oben drauf und dann wird eine Hörgeschichte abgespielt. Das funktioniert über NFC. Das ist ein NFC-C-Chip in der Box, die erkannt wird von der Box und dann wird eine Melodie, Geschichte oder was auch immer gespielt. Jetzt legen sie jetzt mal. Wir bauen mal den Akku raus. Dazu haben wir hier zwei Schrauben. Dann können wir den Akku rausnehmen. Der ist hier oben gesteckt. Den nehmen wir raus. Dann schrauben wir die drei Schrauben hier unten. Einmal, zweimal, dreimal raus. Dann können wir den Deckel abnehmen und kommen so an das Board und an die Kabel, die sich hier hinten drin verstecken. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Das war's! Es ist ein undgeprägt gewalt. Ich schlauze die Kabel, das ist ein undgeprägt. So, die Reparatur geht eigentlich relativ einfach. Wir messen es jetzt mal. Ihr seht es hier an der Stelle, dass wir immer noch ein bisschen nähern. Ihr seht hier das Board. Das ist relativ einfach aufgebaut. Also hat hier ein paar größere Komponenten drauf und hier die SD-Karte, auf die die Songs aus dem Internet geladen werden, einen Prozessor, ein Kondensator, ein Coil. Ja, das war es auch schon. Hier der Anschluss von den Lautsprecher, den habe ich abgezogen. Hier die Ladebuchse und hier gehen die Kabel rein für den Lauter-Leiser-Funktion. Wir messen jetzt mal ein bisschen. Und zwar gelb. Das sind hier drei Pins, die reingehen. Blau, Rot und Gelb. Der Gelbe ist ein gemeinsamer und der Rote und der Blaue jeweils lauter bzw. leiser. Ich gehe es mal auf Blau. Ihr hört es. Ich drücke. Durchgang. Gehe ich mal auf Rot. Und was sollten wir eigentlich, wenn es wirklich der Schalter ist und nicht an Bord nichts hören. Okay. Das heißt, wir wissen, an dem Schalter erscheint, was der fest ist. Den nehmen wir jetzt mal raus. Immer schön vorsichtig, dass hier nicht den Connector vom Board abreißt. Also wirklich nur am Stecker selber ziehen. Vielleicht auch am besten den weißen Port gegenhalten, dass hier nichts abreißt aussehen. Weil das wäre, das wäre es nicht wert. Ich will hier mal ein bisschen wackeln. Okay, man sieht schon das Problem. Also ich sehe es hier selbst allein noch nicht. Aber einer, der Drähte, hier der Rote, hat sich von der Platine gelöst. Immer ein bisschen heran, da seht ihr es. Der Rote ist gebrochen. Klassischer Kabelbruch. Wahrscheinlich durch die Bewegungen der Ohren ist das Rote Kabelab abgebrochen. Das Blaue sieht noch okay aus. Das ist hier reingefrimmelt als Zugentlastung, schätze ich mal. Okay, reparieren wir es. Relativ einfach, denke ich. Wir löten den roten Draht wieder an und dann bauen wir es wieder zusammen. Okay, das ging ja relativ einfach. Auch ohne Mikroskop. Also auch für Leute, die Lötkolben zu Hause haben und jetzt nicht die technisch versiertesten sind. Ihr könnt sowas relativ einfach selbst reparieren. Ihr braucht nicht immer ein fancy Mikroskop oder irgendwelche anderen Gerätschaften. Ein bisschen Interesse. Dann könnt ihr sowas auch reparieren. So, wir setzen es jetzt mal wieder zusammen. Fringen hier mal die Drähte wieder rein. Ich glaube, das wird recht lustig, wenn ich mir das anschauen und dann bauen diese zusammen und testen, ob sie funktioniert. So, wir testen es mal, bevor wir zusammensetzen. Nicht, dass die Arbeit umsonst ist. Wobei ich guter denke, wenn das funktioniert. So, wir gehen mal auf Durchgang. Messen einmal von blau nach gelb. Das ist der, der vorher schon ging. Und jetzt von rot nach gelb. Und geht auch. Sehr gut. Dann bauen wir sie mal noch komplett zusammen. Und dann testen wir sie noch einmal, wenn sie an ist. Und dann gibt es ein kurzes Abfluss-Fastet. Gutpl intégrer! Gut! Gut. Gut-T�. Gut. 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 so der zusammenbau ging eigentlich dann doch wieder recht einfach ihr müsst den deckel wieder drauf drehen drauf schrauben und fertig so wir testen es jetzt mal man sollte es an den geräuschen hören dass es lauter und leise wird leise und lauter und wieder leise perfekt aber wird ihr seht man braucht nicht immer irgendwie ein mikroskop und sonstiges verrücktes equipment einfacher schraubenzieher und ein lötkolben reicht schon aus um solche kleinen dinge zu reparieren deswegen schaut euch nicht versucht es lasst euch zeit dabei und wenn ihr was gelernt habt lasst mir gerne daumen da lasst mir ein abo da ich freue mich über jedes abo ich freue mich über jeden kommentar schreibt gerne was kommen in die kommentare und ich freue mich wenn ihr mich unterstützt und beim nächsten mal wieder reinschauen vielen dank bis zum nächsten mal Ciao, ciao.